Weiter mit dem Tabellenzweiten der dritten Liga, das ist Arminia Bielefeld und da ist das Wintermärchen zuletzt ausgeblieben. Dafür war einfach zu viel Schnee beim Nachholspiel bei den Stuttgarter Kickers und Schiedsrichter Kempter musste dreimal die Partie unterbrechen, um überhaupt einigermaßen den Durchblick zu behalten. Am Ende stand dann allerdings ein gerechtes 1 zu 1 Unentschieden, nachdem Top-Torjäger Fabian Klos, wie wir hier sehen, mit einiger Mühe den Ausgleich in der 56. Minute erzielt hatte. Nicht verloren steht für Bielefeld zum zehnten Mal in Folge, dass die gute Geschichte auf der anderen Seite aber auch den Sprung auf Platz 1 verpasst. Und da gab es schon ein bisschen leise Kritik, die der Trainer Krämer sofort konterte mit dem Satz, wer Kunststücke sehen will. Der muss in den Zirkus gehen. Wer ehrliche Arbeit auf dem Platz erleben will, der muss auf die Alm kommen. So wie die Spieler heute von Darmstadt 98, allerdings mit der kleinen, nicht unmaßgeblichen Einschränkung. Die kommen nicht nur, um das mitzuerleben, sondern mittlerweile wollen die auch ehrliche Arbeit abliefern und tun das Ganze auch mal schlimmer. Wir tun dem Gegner jetzt weh, sagt Dirk Schuster. Seit der Winterpause ist er Darmstads Trainer und seine Mannschaft ist richtig gut drauf. Hat aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt und dabei kein einziges Gegentor kassiert. Darmstadt in orange-weiß ist trotzdem weiterhin in großer Abstiegsgefahr. Der Kampf um den Klassenerhalt geht heute weiter mit Benjamin Bayer. Und kein Abseits, Borg gegen Platins. Schon die 30. Minute und das schon der absolute Höhepunkt der ersten halben Stunde. Damit können sie sich ungefähr vorstellen, wie die Partie bis dahin so aussah. Schuld am schlechten Spiel sicherlich auch der sogenannte Rasen. Seit 15 Jahren ist kein Geld da, um den mal auszutauschen. Selbst wenn die Arminia von Trainer Krämer aufsteigen sollte, wird es wohl nicht für einen neuen Rasen reichen. Die Arminia spielt wie immer, auch heute, nicht gerade hochmodern. Bei Bielefeld wird Fußball vor allem gearbeitet, gerackert, gekämpft. Marcel Appiah, der Rechtsverteidiger. Und Hille ist da. 35. Minute. Bielefeld hat endlich was zu melden. Sebastian Hille hatte sich da fair gegen den wegrutschenden Sulu durchgesetzt. Noch kein Unterschied zwischen Aufstiegs- und Abstiegskandidaten zu erkennen. Bielefeld tut sich schwer. Nur hohe Bälle helfen bisher. Hille ist wieder da. Und Christian Müller probiert es mal. Aber das war es dann auch schon. Mit der ersten Hälfte Pfiffe für Bielefeld. Alles nach Plan dagegen bei Dirk Schuster. Unter ihm, dem ehemaligen Verteidiger, hat Darmstadt das Verteidigen gelernt. Und die Gäste auch nach der Pause. Immer dicht dran und manchmal knallhart. Sulu haut gegen Hille den Ellbogen raus. Sulu bekommt dafür aber nicht einmal die gelbe Karte, die er dafür mindestens hätte sehen müssen. Sebastian Hille mit anschließender Kieferkontrolle. Alle Zähne glücklicherweise noch drin. Keine Mannschaft hat auswärts weniger Punkte geholt als Darmstadt. Aber heute die Gäste nicht schüchtern, sondern frech. Danny Latza. Latza gegen Platins. Platins. Und Bock kommt. Was für ein Ding von und für Freddy Borg. Das Geschenk von Platins nicht ausgepackt. Seit Oktober hat kein Darmstädter Stürmer mehr ein Tor erzielt. Heute ist Borg der einzige Angreifer seiner Mannschaft. Strahlt dabei aber so viel Torgefahr aus wie die Anzeigentafel. Freddy Borg überrascht, überhastet, überaus peinlich. Darmstadt bleibt insgesamt einen Tick besser. Freistoß. Benjamin Bayer. Und Platins. Platins. Schnell noch weggewischt vor Danny Latza. 75. Minute. Na also. Patrick Platins zeigt, dass er kein schlechter ist. Und dann auch bereits die Nachspielzeit. Bielefeld hat diese Saison schon oft spät Spiele noch für sich entscheiden können. Der eingewechselte Glasner. Der eingewechselte Testroth. Der eingewechselte Marc Lorenz. Und jetzt Zulu. Aitak Zulu. Aitak Zulu feiert sich selbst. Seine Grätsche so wertvoll, so spektakulär wie ein Fallrückziehertor. Aber Marc Lorenz getroffen am Boden. Lorenz hatte erst den Ball geköpft. Und dann erwischt ihn Keeper Zimmermann voll. Ein Ganzkörperfaul. Das hätte Elfmeter geben müssen. Schiri Stein lässt es aber weiterlaufen. Und so ist es Zulus Rettungsaktion. Gerade sofort los, die dieses Spiel dann auch beendet. Endstand 0-0. Nicht schiedlich friedlich. Ein wenig hektisch, auch nach dem Abpfiff. Doch eigentlich alles halb so wild. Dirk Schuster und Darmstadt zum vierten Mal in Folge zu Null. Für Bielefelds Anspruch dagegen ist das Unentschieden zu wenig. Aber elf Spiele ungeschlagen, das ist natürlich eine tolle Serie. So richtig lässig. Allerdings, wenn man von den elf Spielen die letzten vier jeweils nur dreimal unentschieden spielt, dann ist das einfach nachlässig. Nächstes Mal die Ergebnisse dieser Spielklasse im Überblick. Der KSC also mit dem 3-0 gegen die Stuttgarter Kickers. Bielefeld 0-0 unentschieden gegen Darmstadt. Osnabrück 3-2 in letzter Sekunde gegen Hansa Rostock. Burghausen 0-0 gegen Rot-Weiß Erfurt. Offenbach schlägt Unterhaching 1-0. Allemannia Aachen 1-5 gegen Chemnitz. Der 1. FC Saarbrücken schlägt Babelsberg 2-1. Dortmunds zweite 0-0 gegen Preußen Münster. In der Tabelle also, wie gesagt, der KSC ganz oben. Bielefeld konnte Platz 2 verteidigen. Der VfL Osnabrück zieht an Münster vorbei und klettert erst mal auf den Relegationsplatz. Zweite Tabellenhälfte. Rostock nur eins der letzten 14 Spiele hat Hansa gewonnen. Noch aber ein halbwegs beruhigendes Polster. Sieben Punkte auf die Abstiegsplätze. 16. Darmstadt in sieben von neun Spielen unter Trainer Dirk Schuster blieb man ohne Gegentreffer. Und sammelte, ja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen zuletzt. Ein Punkt nach dem anderen. Es nähert sich auf jeden Fall in Darmstadt. Platz 17 für die Kickers. Und 20. ist Aachen. Nach der 5. Niederlage in Folge rutscht die Allemannia zum 1. Mal in dieser Saison auf den letzten Tabellenplatz ab.